Wir werden mit dem Wiegen beginnen. Sollte Pacienza bis 19 Uhr nicht hier sein, wird er disqualifiziert. Scheiße! Ash! Ash, geh ans Telefon! Hallo? Sag Winnie, Sie fangen an! Sie fangen an. Wer soll denn sagen, dass ich komme? Er kommt. Wo steht er? Er sitzt noch auf dem scheiß Fahrrad. Nein, Dummchen, sein Gewicht, wo steht er? Wo stehst du, Winnie? Ich komme! Er kommt.